Wir nennen die Schabbat-Königin, also sie ist unsere Königin, wir freuen uns, dass sie zu uns kommt. Bei uns in der Gemeinde ist es durchaus möglich, dass viele nicht koscher leben und das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder kann das Jugendtum leben, wie es für ihn in Ordnung ist. Wichtig ist, dass er Nächstenliebe lebt und mehr eigentlich nicht, denke ich mal. Im Gottesdienst sind alle gleich, es gibt keine Mittler und niemand, der irgendwie eine bevorzugte Stelle hätte. Als Kantor in der Synagoge bin ich meistens da auf der Bühne. Von dort leite ich das Gebet, da bette ich vor und das ist mein Platz in der Synagoge. Kantor sein, das ist für mich etwas, was ich sehr, sehr gerne mache, weil es aus meiner Seele irgendwie rauskommt. Wenn ich singe, dann fühle ich das in mir. In Hebräisch heißt das nicht Gottesdienst, sondern Phila. Warum? Gottesdienst ist das ganze Leben, der ganze Tag ist Dienst an Gott und beschränkt sich nicht nur punktuell auf die ein oder zwei Stunden. Der Schabbat-Gottesdienst gliedert sich, wenn man so will, in drei Teile. Einmal, dass man beginnt, sich so ein bisschen warm zu beten, einzubeten, sich zu konzentrieren. Dann hört man das auch schon am Gesang, am Gebet. Es wird laut, es wird feierlicher. Nähert man sich dem Ausheben der Tora. ? Ja? Es werden sieben Mitglieder aus der jüdischen Gemeinde, aus der Betergemeinschaft nach oben aufgerufen und das Ganze klingt allmählich wieder so ein bisschen ab. Also zunächst einmal ist es Tradition, dass man also zu Feiertagen, aber auch nach dem Gottesdienst nicht einfach auseinander geht, sondern sich trifft und ein Kiddush macht. Die Idee, die auch dahinter steckt, ist, dass alle Leute an Feiertagen auch was Gutes zu essen haben sollten und die einen können sich mehr leisten, die anderen weniger. Das gibt es in den Gemeinden immer ein Essen für alle, um keinen auch bloßzustellen. Die jetzige Synagoge hier, die ist traditionell, wir haben eine Einheitsgemeinde und zwar ist das eine Bestimmung, die der Zentralrat mit der Bundesregierung getroffen hat. Das sind Synagogen, wo alle Religionsrichtungen sich wohlfühlen, also die ganz liberalen Leute, aber auch die Ultra-Autodoxen können hier in dieser Synagoge beten. Wir haben also hier eine Trennung von Mann und Frau. Die Frau sitzt oben und die Männer sitzen hier unten. Wir haben die Ausrichtung in Richtung Jerusalem und wir machen den Gottesdienst auf Hebräisch. Frauen sitzen auf der Empore, weil sie nicht zum Gottesdienst verpflichtet werden sollen. Sie haben sehr viele Aufgaben im Judentum und auch Frauen brauchen keine Kopfbedeckung unbedingt zu tragen, weil sie was Besonderes sind für das Judentum. Es gibt von Fest zu Fest unterschiedliche Charakter. Ein Fest ist ein besinnliches Fest, ich denke dann an Jom Kippur, das Versöhnungsfest. Das andere ist ein fröhliches Fest, zum Beispiel Laubhüttenfest. Also sie haben unterschiedlichen Charakter, aber in allen Gemeinden ist es gemeinsam, dass wir sie gemeinsam auch in der Synagoge feiern. Die Feier der Feste sehen sehr unterschiedlich aus. Wenn ich zum Beispiel an Sukkot denke, dann geht man dann nach dem Gottesdienst in eine Laubhütte, die wir auch bauen in der jüdischen Gemeinde. Versammelt sich dort, singt und isst dort miteinander. Man hängt in der und gestaltet die Tische mit Früchten aus Israel, mit den sieben Früchten. Es erinnert an die Wüstenwanderung und auch daran, dass Gott sein Volk nie im Stich gelassen hat. Und in Erinnerung daran bauen wir jedes Jahr zu Sukkot, dem Laubhüttenfest, die Hüttern und sitzen und essen darin. Symbolisch haben wir in der Sukkot jeden Tag Gäste für jeden Tag, die wir in der Sukkot sitzen. Das ist Abrah, Mitrak, Jakob, Moshe, Aaron, Josef und David, König David. Abrahm hat da auch einen bunten Mantel, ich bin ganz sicher. Dann gibt es zu jedem Feiertag bestimmte Gerichte, die man also traditionell isst. Zum Beispiel zu Pesach essen wir kein Brot. Wir erinnern an den Auszug aus Ägypten und essen dann ungesäuertes Brot, Mazah. Dann haben wir zum Beispiel zu Purim, Haman Taschen oder Haman Ohren. Haman war ein Minister, der die Juden ausrotten wollte und der über eine List dann aufgedeckt wurde und erhängt wurde. Und da essen wir Haman Ohren oder Haman Taschen und erinnern an diese Geschichte. Dann zu Chanukka. Als der Tempel zerstört wurde, wurde das ewige Licht auch zerstört. Und das Öl, das also nur einen Tag reichen sollte, hat dann acht Tage gereicht. Und man konnte neues Öl besorgen. Und dann essen wir Fettgebackenes und Berliner, um daran zu erinnern. Kosche heißt sauber. Und Kaschrut heißt also, dass die Lebensmittel, die wir benutzen, sauber sind und unbeschadet sind. Dass die Tiere, die wir essen, artgerecht gehalten wurden und in einer besonders schonenden Art geschlachtet wurden. Dann essen wir auch getrennt Milch und Fleisch. Wenn wir Milch essen, müssen wir zwei bis drei Stunden warten, milchige Produkte, bevor wir dann Fleisch essen. Denn man mischt das nicht. Man badet das Lämmlein nicht in der Milch der Mutter. Da ist so die Erklärung. Der Ursprung ist einfach, dass weise Leute dafür gesorgt haben, dass die Leute sich ordentlich ernährten. Und auch aufgrund dieser gesunden und sauberen Ernährung haben die Leute auch gut überlebt. Viele Dinge sind vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß. Aber wir haben ja jetzt auch eine ganz andere Lebensmittelsituation. Es gibt den hebräischen Begriff Schomer-Schabbat. Schomer heißt hüten, Schabbathüten. Wenn ich ein religiöser Jude bin, ein Schomer-Schabbat, dann beachte ich den Schabbat und die Gebote des Schabbates. All das sein zu lassen, alle Arbeiten niederzulegen, die ich sonst am Werktag verrichte. Schabbat bedeutet wirklich, sich fallen lassen, relaxen, ruhen, sich auf den Heiligen Tag Schabbat zu konzentrieren, zur Synagoge zu gehen, zu beten und dann zu Hause schön mit der Familie zu essen. Keinerlei Arbeit sollst du verrichten an meinem Heiligen Tag Schabbat. Und in Israel ist es besonders so, dass man sieht, dass die Autobahnen sind sehr leer und es wird nicht so oft gefahren, nicht so viel gefahren. Und ja, man ist mit der Familie, man schaltet alles ab, man benutzt kein Handy. Das ist so eine Zeit für sich. Wenn man in Münster koscher leben will, ist es eigentlich insofern schwierig, weil es keine Lebensmittelläden gibt, die das also verkaufen. Das koschere Essen ist für uns irgendwo eine Identität. Also wenn ich jetzt in Israel bin zum Beispiel, da fühle ich mich da nicht so eingeengt. Aber hier ist das irgendwo, lebe ich ja meinen Glauben, nur hier in der Synagoge oder zu Hause. Der Rest der Welt ist ja recht christlich geprägt. Und deswegen war es mir dann auch wichtig, auch für mich und meine Kinder, dass wir zu Hause versuchen, ziemlich viele Dinge einzuhalten, damit die auch diese Tradition erleben. Jetzt leben meine Großen in New York und da leben über 1,5 Millionen Juden. Und da ist es überhaupt kein Problem, koscher zu leben. Und das machen die dann auch. Aber hier ist es eine größere Identitätsfindung. Es gibt keine typische Art und Weise, wie man eine Synagoge bauen muss. Damals waren die Synagogen so hoch gebaut mit Türmen und so, wie die Kirchen zum Beispiel. Eine Synagoge für uns Juden ist so ein Tempel. Das heißt auch Bet-Migdash-Meat auf Verbrecht, der Tempel in Jerusalem. Bet-Migdash hieß der. Und ja, Bet-Migdash-Meat, das ist ein bisschen Tempel. Und die Synagoge ist kein Ersatz für den Tempel, weil alle unsere jüdischen Gebete, sie implizieren unsere Sehnsucht nach der Wiedererrichtung des Tempels in Jerusalem. Nach der Zerstörung des Tempels mussten wir Orte haben, wo wir uns als Juden zum Gebet und zum Feiern unserer jüdischen Feste versammeln konnten. Hebräisch ist die heilige Sprache. La-Shon ha-Kodesh. Warum? Die Tora, die ganzen Propheten, Bücher, alles, sie sind in Hebräisch geschrieben. Sobald der Betende in Hebräisch betet, nimmt er eine Verbindung auch zu Israel auf. Und Hebräisch ermöglicht die Einheit und Einigkeit des jüdischen Volkes auf der ganzen Welt. Verabschiedung der Betende in Jerusalem. Das war's für die paar Stunden. Sobald der Betende in Jerusalem. Vielen Dank.